Folge 76, wo ich euch drei Details aus Spielen von Rockstar Games vorstelle. Zieht euch mal bitte bei GTA 5 diese Anhänger rein, mit dem ganzen Inhalt, mit dem Krempel, der auch wirklich bei Bewegungen, Bodenwellen einzeln rausfällt. Sehr realistisch. Wusstet ihr, dass bei GTA San Andreas auch Boote versenken könnt auf dem Meer? Und wenn ihr das tut, dann stürzen die nicht einfach ins Wasser, nein, sie laufen langsam voll und sinken langsam wie ein Boot. Und das schon vor fast über 20 Jahren. Etwas, was ich schon mal gemacht habe und vielleicht nicht so stolz drauf bin, in Red Redemption 2 ist es. Einfach gefesselte Personen Alligatoren vorzuwerfen. Ihr müsst sie einfach gefesselt dort vor die Werfen und die Alligatoren werden sich früher oder später um sie kümmern.